Hallihallo, ich bin euer MCGosmoLP und willkommen hier zu einem Let's Vote. Ihr dürft, also die Zuschauer, ihr dürft jetzt natürlich entscheiden, was ich denn als nächstes Let's Playa. Also wir haben ja so einige Games zur Verfügung und ich gebe euch da mal zwei Wochen ungefähr Zeit. Dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben in den zwei Wochen, was ich denn als nächstes Let's Playa soll. Also wir haben zur Verfügung 7 Days to Die, wir haben zur Verfügung Bus Driver, wir haben zur Verfügung Call of Duty Black Ops, wir haben zur Verfügung Counter Strike und Counter Strike Condition Zero, wir haben zur Verfügung Dead Island. Dead Island habe ich aber abgebrochen. Mal schauen, ob ich es noch weiter mache, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Wir hätten Defiance zur Verfügung, wir hätten The Elder Scrolls 5 Skyrim zur Verfügung, wir hätten Euro Truck Simulator und den zweiten Teil dazu. Wir hätten Half Life, wir haben Left 4 Dead 2, wir haben Lord of the Rings Online, wir haben Portal, wir haben Rift, wir haben RoboCraft, wir haben Scania Truck Driving Simulator, dann haben wir Sniper Elite, dann haben wir Sniper Elite Version 2 oder V2, dann haben wir Star Conflict, dann haben wir State of Decay, wir haben Stomping Land, wir haben Team Fortress 2, wir haben The Hunter, wir haben Trucks & Trailers und wir haben Unturned. So, und jetzt seid ihr natürlich gefragt, jetzt dürft ihr in die Kommentare reinschreiben, was ich denn als nächstes Let's Playen soll. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Cosmo LP und bis dahin, tschüss tschüss. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Vielen Dank.